Durch einen guten zweiten Tag führen die Hitler und Zwillinge ins Führungsdrikot. Den Grundstand dazu legten sie auf der Trialing-Abfahrt. Es folgte ein sehr langer und harter Aufstieg zum 2300 Meter hochgelegenen Geiseljoch und eine ebenso lange Abfahrt, auf der die klose Schwestern der Konkurrenzen wurden. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020